Ein Stück Region als Tisch bei Ihnen zu Hause, für Ihre ganz persönliche Wohlfühlatmosphäre. Aus robustem Holz hergestellt kommt dieser 300 Jahre alte Tisch aus dem Hegau. Ein neuer Möbeltrend geht klar zu Altholzmöbeln. Getreu dem Motto, aus alt mach neu. Egal ob aus Eiche, Kirsche oder Nussbaumholz, diese Möbel sind universell einsetzbar. Ob als Esstisch, Regal in der Küche oder als Wohnzimmertisch. Und das zeitgemäß. Das sind meistens Einzelstücke. Da macht man sich nicht die ganze Wohnung voll. Es verliert ja auch an Wirkung. Aber ein Einzelstück aus so einem besonderen Holz, das macht es aus. Und ich würde sagen, es passt in sehr, sehr viele Wohnstile. Retro heißt ein weiterer Trend. Gerade erst immer mehr am Kommen erinnern nicht nur Couch-Überzüge im Vintage-Style, sondern auch Retro-Sessel an die 50er und 60er Jahre. Vielen noch von Oma oder Opa bekannt, interessiert sich laut unserer Expertin eher die jüngere Generation ab 30 Jahren an den Möbeln. Hier wird der alte Stil mit modernem, zeitgemäßen Stil kombiniert. Es hat was damit zu tun, einfach Altes wieder auferleben zu lassen. Genauso wie die alten Möbel, haben wir schon gesprochen, als Altholz. Einfach auch den alten Style der Möbel. Und das genau zu kombinieren. So auch seinen ganz eigenen Stil zu finden. So wie man auch einen Oldtimer gern fährt zum Beispiel. Der Mensch ist ja bekanntlich sehr bequem. Daher geht ein weiterer starker Trend zu Funktionsmöbeln. So öffnen sich die Schränke in der Küche per Fingerkontakt. Und aus einem ganz normalen Sofa wird im Handumdrehen ein Doppelbett oder es wird zu einer anderen Form umgebaut. Und das manuell mit wenigen Handgriffen oder elektrisch. Ganz einfach, weil man oft nicht nur ein Sofa zum Beispiel möchte, um drauf zu sitzen. Und vielleicht will man auch drauf schlafen. Vielleicht hat man Freunde zu Besuch und sagt, okay, hier habe ich nochmal eine Möglichkeit. Könnte aber auch sein, dass ich auf meinem Sofa noch eine spezielle Liegefunktion möchte, weil ich gerade ein Buch lesen möchte, weil ich Fußballspiele angucke. Und in anderen Bereichen, also beim Tisch ganz einfach, ich habe mehr Personen, der Tisch muss größer werden. Er muss also auch funktionell sein. Nicht nur schön, Design ist ganz toll, aber er muss auch funktionell sein. Und das trifft eigentlich auf alle Funktionsmöbel zu. Nicht nur das Design, sondern einfach die Funktion dazu. Muss stimmen. Egal ob Sofas, die zu Betten werden, Retro-Sessel, die wieder neu aufleben oder Holztische, die ein Stück Natur in ihre vier Wände bringen. Mit diesen Trends schaffen sie sich ihre ganz persönliche Wohlfühl-Atmosphäre.